Verstrahlte Grüße meine Freunde, ob ich ein paar so Sackraten erledigen muss. Wo ist das hin? Eine Maulwurfsrate. So, das ist noch irgendwo. Sack, erledigt. Wunderbar. So, ein bisschen das Fleisch einsammeln. Maulwurfsraten, Zähne, was auch immer, dass ich mit die mache. Aber mitnehmen, dass wir alles, was herumliegt, nehmen wir mit natürlich. So, habt ihr ja gerade einen Fluffy kennengelernt. Jetzt schauen wir, was es da ist. Es gibt. Eine Werkstatt. Waffenwerkbank. Okay. Ist das auch ein Buch oder nicht? Nein. Was haben wir da? Oh, eine Werkstatt. Allgemein mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Aha. Du wählst den Steuerkreis links rechts zwischen Optionen und mit dem nach oben. Wie ist das Objekt, das Gebäude, das du bauen willst? Ah. Das schauen wir uns noch einmal an. Jetzt müssen wir zuerst noch einmal schauen, was er sonst herumkugelt. Siehst du, dass du den ganzen Krempel noch mitnimmst. Schraubenschlüssel, oder die Steam Packs. Was haben wir da? Einen Teppler, Aschenbecher. Oh, da gibt es auch jede Menge Sachen, ich nehme auch mit. Power Rüstungsstation, aha. Moment, das klingt jetzt sehr interessant da. S-O-Tronic, was ist denn das bitte? Da gibt es wahrscheinlich was, da gibt es zum Essen, wenn es das geben würde. Gibt aber nichts. So, Zeitung, Posten, ja, Postenbuggle. Verbranntes Lifestyle-Magazin. Amateurfunkbox. So schön, bringt aber nichts. Zwei Skalpell. Ach, diese ewige Sucherei und Finderei und was haben wir denn da? Also da haben wir mal ein Chat. Kronkorkenvorrat und ein Terminal. Schauen wir, was es da drinnen gibt. Serviceaufzeichnungen. Freitag, 1. Oktober auch. Amazon von Fusion Flair Supreme ausgetauscht. Wunderbar. Ok. Neues Motorrad will ich sich bauen, ist auch schön. Seht aber kein. Kühleck in Wunderbar. Wunderbar. Was haben wir da? Atomare Lichtmaschine. Ok. Ok. Sichere Verwahrung. Ok. Da ist auch nichts Interessantes drin. Ok. Mal wieder. Jetzt kümmern wir uns hier um diese Geschichte mit dem Gebäude. So. Alles so. Das haben wir da. Werkstatt. Herstellung. Was ist das, was ich hier herstellen kann? Ah, da steht ja. Wenn ich das erkennen würde, was das ist. Bau, Rüstungsstation, Rüstungswaffen, Waffenwerkbank. Ok. Ein Kochherd. Kochstation. Läden, Ressourcen, Schutz, Energie, Strukturen. So, in dem Gebiet könnte ich jetzt bauen. Ok. Struktur Metall. Struktur Holz. Was kann er machen? Böden, Wände, Dächer, sonstiges. Ok. Fertighäse mit einer Wand, mit zwei Wände, mit drei Wände. Was haben wir denn da? So. Da brauchen wir natürlich entsprechendes Material dazu. Da kann man ja gleich ein komplettes Fertig ausbauen, aber dazu wenig Holz. Ok. Da werden wir ein bisschen auf Holz suchen, die wir nur begeben, weil ich vorgessehe, warum sollte man das jetzt bauen eigentlich. So, Powerrüstung. Wie schaut's mit dir eigentlich aus? Herstellen kann ich noch nichts. Finde eine Powerrüstung. Ok. So, was sagt mir eigentlich der Pip-Boy? Was habe ich denn für Aufträge? So, also wo ist denn das überhaupt? Status. Inventar. Ich glaube, es ist der 3-Pist-Tunnel zu. Aufgaben. Sieh dich in Concord um. Wir haben eine Aufgabe. Werkstätte. Statistiken. Ok. Das Werkstattmenü kann ich jederzeit öffnen. So wird das. Halte gedrückt. Da kann man jederzeit was bauen. Ok. Die Frage ist, ob ich das will oder was ich überhaupt vorhabe. Ich habe gerade keine Idee, welches Haus ich mir bauen sollte und warum ich mir eins bauen sollte. Denn, ähm, ich will da nicht wohnen. Nein, ich reise einfach mal weiter. Die Bauerei, die schauen wir uns mal später an. Was gibt's denn da noch? Nuke-cooler Automat. Ah, wei. Da haben wir gar nichts. Was ist das für ein... Milchautomat. Laborstation. Ah. Granatenheilung. Injektmunition. Minen. Verwertbares. Droge. Jet kann ich herstellen? Was habe ich da? Psychojet. Anfertigen. Brauchen wir einfach mal, damit wir es gemacht haben. Granaten kann ich nichts machen, wie es ausschaut. Da habe ich noch zu wenig Material. Heilung habe ich auch noch nichts. Ah doch. Blutpaket. Da kann ich auch nichts machen. Fügt dem Ziel über 10 Sekunden 30 Schadenspunkte zu. Gefahrrollspritze. Senkt die Schadensresistenz. Ziel mit ein, zwei Minuten um 25%. Ah, sehr schön. Da stehen wir mal her. So, das war es dann eh schon wieder. Ah. Kann ich jetzt sagen, dass ich das irgendwie so als mit meiner Heimat hier sehen kann, oder wie? Jetzt schauen wir mal, was sagt denn hier die Karte? Ich bin jetzt da heroben. Ja, aber die Frage ist, soll ich mich da jetzt ein gruseliger Haus bauen, oder nicht, oder? Warum brauche ich das nicht in St. Jerry, wo meine Bude steht? Das geht eigentlich fast gescheitern für sich. Null Einwohner. So, wo ist die Baumarkleinigkeit? Machen wir es also. Jetzt bauen wir ein bisschen was, damit wir einfach was gebaut haben. Ich wüsste nur nicht, wo ich das hinstelle, sondern da außen geht es nicht mehr. Es muss in diesen Radius da sein. Ich stelle es einmal da her. Bauen. Okay, ich habe mal eine Hüte gebaut. Ach, wie toll. So, jetzt habe ich kein Holz mehr. Das war es mit dem Bauen. Ah, also entfernt das alles automatisch vom Equipment. Das funktioniert schon mal super. Das heißt, ich könnte da jetzt dann eine Wand herstellen. Bauen. Oder nicht. Bauen und Dach. Ah, ich habe Holz mehr. Gut, wurscht. Wir gehen jetzt weiter. So, wir müssen in diese Richtung. Fluffel läuft mit. Oh, das habe ich schon fast da oder wie? Oh, das habe ich schon fast da oder wie? Oh, das habe ich schon fast da oder wie? Eine H-Klammer gefunden. Sehr gut. Da braucht es nur mehr ein Tresor geben irgendwo. Dann räumen wir den aus. Oder auch nicht. Mal schauen. Da leuchtet das New Cooler Quantum raus. Ah, nehmen wir natürlich mit. Weil wir nehmen ja alles mit, was wir finden. So. Geh dorthin. Genau. Gehst einmal dorthin und schaust mal, ob du was findest. Okay, ganz schön spannend da. Aber wenn da jetzt überall schon diese Sandsecke liegen, dann schaut es sich eher sehr unfreundlich aus. Oh, hier sind Schüsse. Ah, da gibt es ein Moped. Leider auch nicht zu benutzen, schade. Halt. Feinkontakt. Die Frage ist, ist das ein Gegner oder irgendeiner, der da herumstreunt. Versuch mal, da von hinten zu nähern, wenn die überhaupt sehen, wohin kommen. Nö, da geht es nicht rein. Flüsterkneipe, was ist denn das? Ich bin gespannt, was mir da drin ist, da wartet. Okay. Einen Tresor habe ich schon gesehen. Da ist einer. Zuerst einmal schauen, dass wir da... Zuerst einmal das Gebiet da sichern. Zuerst einmal das Gebiet da sichern. Oh, da geht es im Keller runter. Ui, ui, ui. Oh, da ist aber keiner. Du kannst schon knurren, Fluffy, aber wir müssen einfach mal schauen, sonst nix. Da gibt es jede Menge Zeug. Lassen wir es natürlich nicht hingehen. Wollen wir das nicht hinsitzen? Hauptsache, wir haben einen lässigen Hut auf, gell? Kann man nichts sagen. Hauptsache, ein lässiger Hut. So, dann schauen wir rauf. Packen wir die Knarre aus sich jetzt selber. Ah, da muss ich hinschauen. Das ist immer Ziel. Okay. Wo ist denn da drüben? Oh nein, toll. Oh nein, ich muss wieder raus. Was ist denn das? Ganz schön schräg die Brüchen. Ganz schön schräg die Brüchen. Okay, da haben wir alles durchsucht. Dann werden wir uns jetzt mal um den Safe kümmern. Wo ist er gewesen? Er war da unten unter der Pudel. Da ist er. Ach, Mann. Ist mir das noch zu schwer? Schade. So, wieder raus in das Commonwealth. Mal schauen, was mit dieser Schießerei da los ist. Ob wir da reingreifen können oder ob ich da mich lieber draus halten sollte. Mal schauen. Ich muss wohl doch von der Seite kommen. Ich weiß nicht, ist es der Gegner oder nicht? Natürlich ist es der Gegner. So, und los. Baff dich, jawohl. So, ein bisschen Equipment haben wir jetzt da. Wunderbar. Jetzt gehen wir rein. Schauen wir da. Da geht es auch noch mal rein. Alles mitnehmen, was nicht nid- und nagelfest ist. So, ganz schön fertig, die Pudel da. Gut, da gibt es uns nichts mehr zum holen. Da hüpfe ich es gleich mal runter. Was ist das da? Gar nichts. Oh, oh. Da ist einer. Da ist einer oben. Aber sehr spannende Gegend da. Wurscht. Jetzt schauen wir uns jetzt mal an, weil da müssen wir sowieso hin. Hey, hier oben. Auf dem Balkon. Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns. Bitte. Glauben wir gerne. Level up. Wunderbar. So geht was weiter. Was gibt es denn da? Ich nehme jetzt höchst. Ich schau. Level 3 erreicht. Wenn die Freiheit ruft, betritt das Museum. Warte, bevor ich das mache, schau ich mir da auch noch um. Und die Waffe muss ich da auch noch ausrüsten. Lasermuskete. Oh, ist da. Achso. Da ist nicht ausgeschaut, dass nicht das wäre. Okay. Gut, für was wir Glühbirnen brauchen können. Weiß ich nicht. Sicherungen. Gut, das lassen wir eingehen. So, Fluffy gehen wir auf Zetten da. So, das wird jetzt auch noch auf. Die ganzen Puppen finde ich ein bisschen gruselig da. Okay, da gibt es ein bisschen besonderes. Passt. Dann haben wir jetzt mal schön einmal die Lasermuskete da auf. Auf, 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 da. So, pass auf. Haben wir jetzt einen Splittergranaten. Kurze Lasermuskete. So, Level Up. Moment, wir haben ihn vergessen. So, was machen wir denn? Stärke, Wahrnehmung. Ausdauer, Charisma. Intelligenz, Beweglichkeit. Und das Glück. Das ist eine gute Frage. Auch mal eins auf Charisma. Ein bisschen was, jawohl. So, das haben wir. Jetzt haben wir zwei Waffen. So, Knarre ausgerüstet. Ah, wir müssen uns ein bisschen aufladen da. Ah, geht nur zwei Schuss. Ah, da muss ich noch ein bisschen anders verteilen da. Ja, da brauche ich schon eine primäre Waffe und eine Lasermuskete. Und alles, alles, alles. Das Kurzdistanzwaffe hätte ich eine Machete, glaube ich. So, ich glaube, so ist ideal. Den Schlagstock kann ich eigentlich wegtun. So, die Lasermuskete, die dann mal jetzt da her. Die Machete, die haben wir gesagt. Die Machete kommt da her. So. Genau. Die Raider, wenn wir da ordentlich aussackeln, damit wir alles haben von den Typen. So, dann schauen wir da mal rein. ins Museum. Ja, sehr komplex das Ganze. Hoppala, da wird schon geschossen. Da muss ich aufladen. Raff, einer weg. Ah, ich muss wieder laden. Oh, oh. Wie kommen wir hier da rauf? Abgeschlossen. Kurz, da muss ich ja suchen, wo der ist. Da ist er. Zack. So, ein Gegner haben wir noch irgendwo. Wo ist denn der? Komm raus und zack dich. Warte, jetzt läuft der da rüber irgendwo. Ich seh ihn aber nicht. Ich hatte gerade voll den Spaß. Läuft der da rüber? Wo ist der denn? Deine Zeit ist abgelassen. Was? Puh. Meine Gesundheit ist niedrig. Trink was. So, wir machen das. Inventar. Waffekeilung. Hilfsmittel. Quinnett Stout. Maulwurfsrattenfleisch. Ich weiß nicht, ob ich das so unbedingt haben will. Nuke Cola Quantum. Das hilft mir auch noch kurzzeitig, glaube ich. Das ist auch nicht was, was mich komplett gesund macht. Das Teampack macht mich gesund. Oh nein, schau, der geht schon rauf, die Energie. Ist schon mal so schlecht. So, was da ist für Randale, für Wirbel? Ja gut, das ist ja der Museum da. Ganz schön schräg wieder da, das Ganze. Okay. Okay. Moment, ich schau mal da rüber, wenn er schon ein Weg rüber geht. Ah, das war mein Kassahäuschen. Okay. Okay. Das Zeug gibt es echt überall. Das ewige Herumgesuche. Ah, eine Gold-Uhr, die bringt vielleicht mal irgendwo was. Ich muss noch weiter rauf, bis es ausschaut. Da oben ist die Markierung. Nur die VG-SB kommen wieder rauf. So, ich lasse mir das mit dir... Und Feuer. Ach so, was von daneben. Ah, da noch. Was rückt denn der aus? Jetzt aber... ...nur meinen Arsch hier auf. So, du trägst zu viel. Jetzt sind wir soweit. Zu viel Krempeln mit. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir da jetzt haben, was wir ablegen können. Speziell natürlich Kleidung ist das Thema. So, was bringt denn da was? Gammler-Outfit. Das bringt einmal mehr Schutz. Gelber Trenchcoat können wir ablegen. Kurzzug, was ist denn das? Das ist ja... ...Kochmütze. Können wir eine weg tun. Lederrüstung. Bringt uns was. Linkes Bein. Leichte Kleidung weg. Lässiges Outfit weg. Bringt uns auch nichts. Milizhut. So, Kleidung auch weg. So, dann haben wir Raider-Leder. Das bringt uns wieder Schutz mehr. Auch mal nicht. Dreidung reicht auch, wenn wir... ...eines mithaben. So, Lederrüstung immer dies. Ah, jetzt bringt uns noch mehr Schutz. Warns weg. Rechter Arm nimm eins. Rechtes Bein. Rotes Halsduch ist für... Okay. Sackkapuze. Sackkapuze mit Schläuche. Okay. Ah, schützen sie noch mehr. Gut, dann haben wir das weg. Da waren sie weg. Schmalzlockenperücke weg damit. Schutzhelm. Achso, dafür bleibt dies weg. Ah, gute Frage. Brille. Macht die Wahrnehmung besser. Okay. Sportkleidung weg. Sturmgasmaske. Nehmen wir sie mal auf. Den alten Waldanzug schmeißen wir auch raus. Gegante Hund weg und gutes Zeug auch weg. Koch mit sie auch weg. So, jetzt machen wir einen Blick da auf die Third-Person-View, wie ich es da ausschaue. Hübsch ist er. Hübsch ist er, der Bursche. Sehr hübsch. So, trotzdem muss ich da rauf. Hübsch ist er, der geht jetzt irgendwo hin, oder? Hübsch ist er. Da fahre ich noch runter. Dann wieder rauf. Ich komme rein und ich ziehe jedem Einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon. Die gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns am anderen... Was zum Töpfe war das? Scheiße, was war das? Fragen über Fragen, ja? Boah, da lief überhaupt nichts da. Die Waffe ist ein Scheiß. So, bitte. Raus mal, die Wüsten. So was haben wir. Kronkorken, Springmesser. Alles andere. Kann man sich behalten, der Bursche. Was hat ihr damit? Eine Drohnen-Steam-Bag, Schlagring. Da drin! So, was los war da? Der Gegner? Na. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey, von den Minutemen des Commonwealth. Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Bitte, erzähl weiter. Nein, das ist es nicht. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Gule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ist eine grausame Welt. Nein. Meinst du, ich weiß das nicht? Was ich gesehen habe. Was ich getan habe. Naja. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegner. Aber... Wir haben eine Idee. Dann lass mal hören. Sturges. Sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt. Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär. Das ist ein heftiger Schutz. Oh, es wird noch besser. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Minigun? Das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standardfusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir wissen, wo man eine findet. Aber wir kommen nicht an das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Okay, also ist das spannend, was die Ausrüstung betrifft. So eine gute Power. Oh, schau, Achtung, was sind wir da? Achtung, Gucke. Die nehmen wir natürlich mit. Klar. Sammelbares ist immer gut. So, aber liebe Leute, wie es weitergeht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Das war irgendwas anderes, glaube ich. Aber wir sehen uns das nächste Mal, wenn es hier heißt, wir suchen die Powerrüstung. Und so lange gibt es hier verstrahlte Grüße von meiner Seite. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Euer Bitwalker. Ich wünsche euch noch ein paar.